Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Es ist schon etwas lange her, aber ich freue mich wieder ein Tutorial aufnehmen zu können. Heute erstellen wir einen glühenden Globus mit dem Material Node. Dann lasst uns starten. Wir sind im Third-Person-Template und ihr seht, das ist das finale Produkt. Wir schauen uns erst einmal an, wie das Ganze funktioniert. Erst einmal setze ich hier mein Directional Light wieder rein. Das ist das fertige Produkt am Ende. Wir wollen es selber einstellen, indem wir auf Rechte Maustaste Materials und schreiben hierhin M-Fireball in Englisch. Wir brauchen Textur. Texture-Sample. Im Starter-Content könnt ihr hinzufügen, indem ihr hier drauf geht Click Add-Feature-Content-Pack und dann auf Content und dann auf Add-to-Project. Im Starter-Content habt ihr eine Fire-Textur. Das nennt sich dann T-Fire. T-Fire-Teil D. Das braucht ihr. Und wenn ihr das in den Base-Color einsetzt, in Vector3, dann habt ihr so etwas. Es ist im Moment relativ unspektakulär. Damit es sich ganz so bewegt, nehmen wir den Panernode. Paar A-N-N-E-R. Den Panernode. So. Hier, wenn ihr drauf klickt, habt ihr hier in Details verschiedene Optionen. Und zwar zum Beispiel die X-Speed-X. Das heißt, die Textur wandert in X-Richtung. Ihr braucht ja aber auch, wenn ihr das so seht, in diesem Beispiel. Lass mich nochmal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Ist ja so im Fertigen, dass einmal um die Z-Achse dreht und einmal von unten nach oben. Ist im Moment nicht ganz klar zu sehen, aber ist so. Ja. So. Also das Ganze dreht sich ja um die Z-Achse. Jetzt brauchen wir aber noch eine Textur. Markiert beide mit Steuerung D. Ja. Duplicate. Ja. Und diesen lassen wir nicht in X-Richtung, sondern in Y-Richtung wandern. Ja. 0,2. Man muss ja nicht die Gleichgeschwindigkeit haben. Ja. So. Wir wollen ja beide Texturen übereinander lappen. Ja. Wenn ihr zwei RGB-Values habt, dann könnt ihr das, indem ihr Multiply einsetzt, kombinieren. Ja. Kombinieren. A, B und das Endprodukt dann quasi in Base-Cal. Jetzt habt ihr beide Texturen übereinander gelappt. So. Die Textur-Teiling könnt ihr auch ändern, indem ihr Texture-Coordinate drückt. Also rechte Maustaste und dann Texture-Coordinate. So. Und das setzt ihr in Coordinate ein und klickt das an. Steuerung D. Damit das Ganze auch dafür ist. Ja. Damit ihr eine Varianz habt quasi ein bisschen. 10. Hier könnt ihr eure Werte ändern. Zum Beispiel könnt ihr schreiben 5, 5. Ja. Und hier könnt ihr schreiben, ja, 10, 10. Ja. Dann findet ihr, ja, die untere hat zum Beispiel eine feinere Struktur. Die obere auch. Ja. Es ist so eine Art, ja, eine Varianz. Es sieht nicht alles gleich aus. Deswegen wird es auch viel interessanter. So. Jetzt können wir auch das Ganze zum Leuchten bringen, indem wir nicht in Base-Color. Base-Color ist ja nur die Farbe Emissive. Emissive-Color, ja. Da könnt ihr das Ganze zum Leuchten bringen. Ja. Sieht schon viel interessanter aus. Um die Stärke des Leuchtens und der Farbkraft, also die Farbsättigung zu kontrollieren, zu, also, ja, zu definieren, könnt ihr zum Beispiel zwischen dem Base-Color und Multiply noch ein Multiply einsetzen, ja. Multiply, das andere Ende setzt ihr hier. Und, äh, rechte Maustaste, Constant. Und mit dieser Constant-Node könnt ihr zum Beispiel, sagen wir mal, 10, ja. Dann wirken die Farben kräftiger. Das ist so zu viel. 2. Ja. Und das Leuchten könnt ihr dann auch. Wie gehabt, Multiply, Emissive-Color. Und hier in Constant-Node könnt ihr zum Beispiel, ja, 10, 0,8. So. Ja, da habt ihr schon mal was Interessantes. Sieht ziemlich cool aus, ja. Vielleicht könnt ihr hier das Tiling ein bisschen runtersetzen, damit man die schwarzen Bereiche noch deutlicher sieht. Ja. Ja. Sieht schon interessant aus. So. Also. Als nächstes in dem Beispiel ist ja so, dass das Ganze pulsiert. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber das Ganze pulsiert. Ja, das könnt ihr auch an den Farben erkennen. Und dieses Pulsieren wollen wir haben. Das Pulsieren machen wir mit der Sinus-Funktion, also Sinus-Kurve. Ihr wisst ja, eine Sinus-Kurve hat einen Plus- und Minus-1-Wert. Minus-1, Plus-1 und geht über Null über eine Frequenz. Und das wollen wir hier auch erreichen. Sinus. Das heißt, die Leuchtkraft und die Farbkraft wollen wir über Sinus remapped. Nennt sich das. Sin. Sin. Nicht Sin. Sin remapped. So. Hier setzen wir eine Konstante ein wieder. Ja. Und hier auch eine Konstante. Ja. Und hier setzt ihr ein Time-Note. Ja. Time ist ja, wie schnell die Zeit quasi vergeht zwischen einer Frequenz. Ihr könnt auch, wenn es multipliziert oder konstant, also dann könnt ihr auch die Schnelligkeit verändern. So. Das multiplizieren wir wieder mit diesem Note und setzen das Ganze in die Farben. Ja. Dann haben wir, wenn wir hier zum Beispiel 10 eintragen. und hier zwei und dann habt ihr schon ein Pulsieren. Eins. Oh, jetzt. Ja. Habt ihr schon ein Pulsieren. Das Ganze markieren wir und STRG D, ja. Nicht so. STRG D. Und dann haben wir das schon auf der anderen Seite. Nur dass das hier mit dem Leuchten, ja. Und Emissive Color. So. Ja. Aber nicht 0, weil bei 0 ist ja alles schwarz. Deswegen nehmen wir mal eins. Und hier. Ja. Nehmen wir mal sechs. Ja. Oder 20. So dramatisch. So richtig. Ja. Sieht schon aus wie so ein Alien-Feuerwall. Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall interessant. Auch. So. Das war das alte Material, das ich vorher erstellt habe. Und das, wenn ihr draufzieht, habt ihr neue Material. Das pulsiert halt stärker. Aber das könnt ihr ja einstellen. Ja. Und dann könnt ihr das Ganze hier riesengroß und dramatisch in Szene setzen. Ja. Ja. So. Play. Ja. Ohne. Ohne Directional Light. Ja. Dann habt ihr so eine Feuerkugel. Ja. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Und wenn ihr selbst ausprobieren wollt, sehr gerne. Also. Hier habt ihr nochmal. Ja. Ihr könnt euch nochmal ein Screenshot erstellen. Einmal hier. Ja. Ja. Und einmal hier. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Das war's für heute. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ihr könnt mich auch abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.